Was ist Ihr Beruf? Ich bin Lehrer. Wo kann ich Tickets kaufen? Sie können Tickets online oder am Schalter kaufen. Wo kann ich Tickets kaufen? Sie können Tickets online oder am Schalter kaufen. Bist du Student? Ja, ich bin Student und studiere Informatik. Wer ist dein Lieblingssänger? Mein Lieblingssänger ist Ed Sheeran. Wer ist dein Lieblingssänger? Mein Lieblingssänger ist Ed Sheeran. Hast du Hausaufgaben? Ja, ich habe Mathematikaufgaben zu erledigen. Hast du Hausaufgaben? Kannst du Salsa tanzen? Kannst du Salsa tanzen? Ja, ich kann Salsa tanzen. Magst du Schafe essen? Magst du Schafe essen? Ja, ich liebe scharfes Essen. Kannst du Gitarre spielen? Ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Kannst du Gitarre spielen? Ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Schaust du fern? Ja, ich schaue gerne fern, besonders Dokumentationen. Schaust du fern? Ja, ich schaue gerne fern, besonders Dokumentationen. Wie viel kostet das? Das kostet 20 Euro. Wie viel kostet das? Das kostet 20 Euro. Warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil es unsere Umwelt schützt. Warum ist es wichtig? Es ist wichtig, weil es unsere Umwelt schützt. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist das Wandern. Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist das Wandern. Sind sie deine Klassenkameraden? Ja, sie sind meine Klassenkameraden. Sind sie deine Klassenkameraden? Ja, sie sind meine Klassenkameraden. Kannst du gut schwimmen? Ich kann ziemlich gut schwimmen. Ich kann ziemlich gut schwimmen. Hast du jetzt Hunger? Ja, ich habe jetzt etwas Hunger. Ist dieser Platz frei? Ja, dieser Platz ist frei. Kann ich deinen Stift ausleihen? Natürlich, du kannst meinen Stift ausleihen. Wie war dein Tag? Mein Tag war sehr gut, danke. Wie war dein Tag? Mein Tag war sehr gut, danke. Wie lange hast du gewartet? Ich habe etwa 30 Minuten gewartet. Was ist dein Traum? Mein Traum ist es, einmal um die Welt zu reisen. Kann ich das ausprobieren? Kann ich das ausprobieren? Sicher, probiere es gerne aus. Kann ich das ausprobieren? Kann ich das ausprobieren lassen? Kann ich das ausprobieren? Wie schien они machen? Kann ich das ausprobieren? Kann ich das ausprobieren? Der Olaf hat auch malen vengeance um die스트 Mauer zu rum hjälere, wie ange dem Thema am klären. 좋은カチese情況 Hast du Angst vor Spinnen? Ein bisschen, ich mag keine großen Spinnen. Hast du Angst vor Spinnen? Ein bisschen, ich mag keine großen Spinnen. Lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Lernst du Deutsch? Ja, ich lerne Deutsch. Warum hast du das gewählt? Ich habe das gewählt, weil es mich interessiert. Warum hast du das gewählt? Ich habe das gewählt, weil es mich interessiert. Dürf ich herein? Ja, bitte komm herein. Was ist dein Hauptfach? Mein Hauptfach ist Psychologie. Was ist dein Hauptfach? Mein Hauptfach ist Psychologie. Wer ist dein Lehrer? Mein Lehrer heißt Herr Schmidt. Wer ist dein Lehrer? Mein Lehrer heißt Herr Schmidt. Um wie viel Uhr öffnet es? Es öffnet um 9 Uhr morgens. Um wie viel Uhr öffnet es? Es öffnet um 9 Uhr morgens. Wo sollen wir uns treffen? Wir können uns am Bahnhof treffen. Wo sollen wir uns treffen? Wir können uns am Bahnhof treffen. Können wir zusammen gehen? Ja, wir können zusammen gehen. Können wir zusammen gehen? Ja, wir können zusammen gehen. Wie ist das Wetter? Das Wetter ist heute sonnig. Wie lange dauert der Flug? Der Flug dauert ungefähr 8 Stunden. Wie lange dauert der Flug? Der Flug dauert ungefähr 8 Stunden. Wer ist dein bester Freund? Mein bester Freund heißt Lukas. Wer ist dein bester Freund? Mein bester Freund heißt Lukas. Wo ist die Toilette? Die Toilette ist am Ende des Ganges. Wo ist die Toilette? Die Toilette ist am Ende des Ganges. Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Dass ich dein Foto machen? Ja, ich kann ein Foto von dir machen. Dass ich dein Foto machen? Ja, ich kann ein Foto von dir machen. Kennst du sie? Ja, ich kenne sie, sie ist meine Kollegin. Kennst du sie? Ja, ich kenne sie, sie ist meine Kollegin. Wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Spanisch. Wie viele Sprachen sprichst du? Ich spreche drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Spanisch. Wie heißt er? Er heißt Daniel. Wie heißt er? Er heißt Daniel. Wie war der Film? Der Film war großartig. Wie war der Film? Der Film war großartig. Kannst du italienisch kochen? Ich kann ein paar italienische Gerichte kochen. Kannst du italienisch kochen? Ich kann ein paar italienische Gerichte kochen. Wo hast du studiert? Ich habe an der Universität Köln studiert. Wo hast du studiert? Ich habe an der Universität Köln studiert. Was liest du gerade? Ich lese gerade der Alchemist von Paolo Köln. Was liest du gerade? Ich lese gerade der Alchemist von Paolo Köln. Wo ist das nächste Restaurant? Das nächste Restaurant ist zwei Straßen weiter. Wo ist das nächste Restaurant? Das nächste Restaurant ist zwei Straßen weiter. Was möchtest du? Ich möchte einen Kaffee, bitte. Was möchtest du? Ich möchte einen Kaffee, bitte. Warum hast du angerufen? Ich habe gestern Abend angerufen, um zu bestätigen. Warum hast du angerufen? Ich habe gestern Abend angerufen, um zu bestätigen. Kannst du gut singen? Ich kann nicht sehr gut singen, aber ich genieße es. Kannst du gut singen? Ich kann nicht sehr gut singen, aber ich genieße es. Welche Nationalität hast du? Ich habe die deutsche Nationalität. Welche Nationalität hast du? Ich habe die deutsche Nationalität. Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist am 15. August. Mein Geburtstag ist am 15. August. Hast du diesen Film gesehen? Ja, ich habe diesen Film gesehen. Er war sehr gut. Ja, ich habe diesen Film gesehen. Er war sehr gut. Spielst du Fußball? Ja, ich spiele gerne Fußball am Wochenende. Spielst du Fußball? Ja, ich spiele gerne Fußball am Wochenende. Wer ist der Präsident? Der Präsident ist Herr Müller. Wer ist der Präsident? Der Präsident ist Herr Müller. Was bedeutet das? Das bedeutet Hoffnung. Was bedeutet das? Das bedeutet Hoffnung. Kannst du dieses Rätsel lösen? Dieses Rätsel ist kompliziert, aber ich kann es versuchen. Kannst du dieses Rätsel lösen? Dieses Rätsel ist kompliziert, aber ich kann es versuchen. Ich gehe normalerweise um 23 Uhr schlafen. Ich gehe normalerweise um 23 Uhr schlafen. Anfassung. Bist du auf Facebook? Ja, ich bin auf Facebook. Bist du auf Facebook? Ja, ich bin auf Facebook. Wie seh ich aus? Du siehst heute toll aus. Wie seh ich aus? Du siehst heute toll aus. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Kannst du mir helfen? Ja, ich kann dir helfen. Kannst du mir helfen? Ja, ich kann dir helfen. Magst du Jazzmusik? Ich mag Jazzmusik, besonders live. Magst du Jazzmusik? Ich mag Jazzmusik, besonders live. Hast du Haustiere? Ja, ich habe einen Hund. Hast du Haustiere? Ja, ich habe einen Hund. Warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich hier arbeiten möchte. Warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich hier arbeiten möchte. Wo bist du hingegangen? Ich bin gestern ins Kino gegangen. Wo bist du hingegangen? Ich bin gestern ins Kino gegangen. Glaubst du an Geister? Glaubst du an Geister? Ja, ich glaube nicht an Geister. Fühlst du dich gut? Ich fühle mich heute gut, danke. Fühlst du dich gut? Ich fühle mich heute gut, danke. Wohin gehst du? Ich gehe jetzt zum Supermarkt. Wohin gehst du? Ich gehe jetzt zum Supermarkt. Kannst du Auto fahren? Ja, ich habe einen Führerschein. Kannst du Auto fahren? Ja, ich habe einen Führerschein. Ist das dein Buch? Ja, das ist mein Buch über Astronomie. Ist das dein Buch? Ja, das ist mein Buch über Astronomie. Warum ist das Meer salzig? Das Meer ist salzig wegen der Mineralien im Wasser. Das Meer ist salzig wegen der Mineralien im Wasser. Kann ich dein Telefon benutzen? Ja, du kannst kurz mein Telefon benutzen. Kann ich dein Telefon benutzen? Ja, du kannst kurz mein Telefon benutzen. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Wie sagt man das? Das sagt man, danke, auf Deutsch. Wie sagt man das? Das sagt man, danke, auf Deutsch. Magst du Kaffee? Ja, ich liebe Kaffee, besonders morgens. Magst du Kaffee? Ja, ich liebe Kaffee, besonders morgens. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, sie ist jünger als ich. Hast du Geschwister? Ich habe eine Schwester, sie ist jünger als ich. Ich bin Architekt, sie ist jünger als ich. Was ist dein Beruf? Ich bin Architekt. Was ist dein Beruf? Ich bin Architekt. Nein, ich habe keine Allergien. Bist du gegen etwas allergisch? Nein, ich habe keine Allergien. Wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt 10 Uhr morgens. Es ist jetzt 10 Uhr morgens. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 25 Jahre alt. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist 25 Jahre alt. Wo ist mein Telefon? Dein Telefon ist auf dem Tisch. Wo ist mein Telefon? Dein Telefon ist auf dem Tisch. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro in der Innenstadt. Wo arbeitest du? Ich arbeite in einem Büro in der Innenstadt. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich heute etwas müde. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich heute etwas müde. Wie weit ist es? Es sind etwa 5 Kilometer. Wie weit ist es? Es sind etwa 5 Kilometer. Warum läufst du? Ich laufe zum Training. Warum läufst du? Ich laufe zum Training. Wie oft machst du Sport? Ich mache dreimal pro Woche Sport. Ich mache dreimal pro Woche Sport. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 29 Jahre alt. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 29 Jahre alt. Kann ich eine Quittung haben? Ja, hier ist ihre Quittung. Kann ich eine Quittung haben? Ja, hier ist ihre Quittung. Gehst du nach Hause? Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Gehst du nach Hause? Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Was macht dich glücklich? Musik hören macht mich glücklich. Was macht dich glücklich? Musik hören macht mich glücklich. Wo hast du das gefunden? Ich habe das in einem alten Buchladen gefunden. Ich habe das in einem alten Buchladen gefunden. Welche Farbe hat dein Auto? Mein Auto ist rot. Welche Farbe hat dein Auto? Mein Auto ist rot. Warum lächelst du? Ich lächle, weil ich glücklich bin. Warum lächelst du? Ich lächle, weil ich glücklich bin. Was hast du gegessen? Ich habe heute Morgen Eier und Toast gegessen. Was hast du gegessen? Ich habe heute Morgen Eier und Toast gegessen. Ich entspanne mich beim Lesen oder Spazierengehen. Wie entspannst du dich? Ich entspanne mich beim Lesen oder Spazierengehen.